In diesem Video und auch in dem folgenden soll es um Interpolationen im Sinne der Computergrafik gehen. Sie haben eine Reihe von vorgegebenen Punkten und möchten eine ästhetisch möglichst ansprechende Linie durch diese Punkte ziehen. Wir fangen in diesem Video mit den sogenannten natürlichen Splines an. Ich gehe davon aus, dass Sie schon mal was von Splines und auch von Bezierkurven gehört haben. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf Bezierkurven kurz eingehen. Wir werden Bezierkurven als Grundbausteine nehmen, und zwar genauer gesagt kubische Bezierkurven, weil sie eigentlich in jedem Computerprogramm zur Verfügung stehen, weil es dafür Algorithmen gibt, die besonders effizient zu zeichnen. Die Kurven laufen durch den ersten und den letzten Punkt, also durch P0 und P3. Und die anderen beiden Punkte sind die sogenannten Kontrollpunkte. Ich zeige Ihnen noch mal kurz die Konstruktion dieser Kurve. Die Idee ist zunächst, dass man von P0 bis P1 auf dieser Strecke einen Punkt laufen lässt, und entsprechend lässt man parallel dazu von P1 bis P2 einen Punkt laufen und auch von P2 bis P3. Das mache ich zunächst mal. Und wir werden jetzt gleich im nächsten Schritt immer zwei von den orangen Punkten, die benachbart sind, verbinden. Das bildet auch jeweils eine Strecke und werden auf diesen Verbindungsstrecken auch einen Punkt langlaufen lassen. Das sind jetzt die beiden grünen Punkte, die hier langlaufen. Und im nächsten Schritt werden wir die beiden grünen Punkte verbinden. Das ergibt wieder eine Strecke, und auf der Verbindungsstrecke wird auch ein Punkt langlaufen. Das ist der blaue Punkt, den wir jetzt hier langlaufen sehen. Und die Bezier-Kurve, um die es dann geht, die dadurch entstanden ist, ist der Weg, den der blaue Punkt zurücklegt. Das ist dieser Weg. Was man hier an dem Bild auch schon sehen kann, wie ich schon sagte, die blaue Kurve geht durch P0 und P3, und die beiden Punkte P1 und P2 sorgen unter anderem dafür, mit welcher Steigung die Kurve P0 verlässt, nämlich so, dass die Tangente im Punkt P0, die gerade ist, die durch P0 und P1 geht, und die Tangente im Punkt P3, da wo der Punkt eintrifft, ist die, die durch die Punkte P2 und P3 verläuft. Jetzt zur rechnerischen Konstruktion von diesen kubischen Bezier-Kurven. Die erste Kurve, die wir gesehen haben, die orange Strecke links, die habe ich hier mal B0 oben 1 genannt. Und die 1 oben soll bedeuten, dass es eine Kurve ersten Grades ist, das ist ja einfach eine Gerade. Und die 0 unten soll bedeuten, dass sie im Punkt P0 anfängt. Und rechts habe ich nochmal hingeschrieben, dass es also eine Kurve, in der der Parameter von 0 bis 1 läuft, und da kommen als Ergebnis Punkte in der Ebene, also in R² raus. Und wir haben das gegeben durch die Punkte P0 und P1, und wenn T von 0 bis 1 läuft, dann haben wir für T gleich 0 den Punkt P0, für T gleich 1 haben wir den Punkt P1, und für Werte zwischen 0 und 1 kriegen wir dann entsprechend Punkte zwischen P0 und P1 auf der Strecke raus. Das Ganze haben wir eben ja gesehen, haben wir dreimal gemacht, das heißt, wir haben drei solche parametrisch dargestellten Strecken. Und dann haben wir ja jeweils zwei von diesen Punkten verbunden, und auf denen sind wir auch lang gelaufen, das heißt, wir haben da auch so eine Strecke abgelaufen. Das wäre im ersten Fall die Gleichung, die auch im Punkt 0 anfängt, wo jetzt eine 2 oben steht, weil sich dann nämlich eine Gleichung zweiten Grades ergeben wird. Im Prinzip das gleiche wie oben, nur dass der erste Punkt jetzt nicht ein fester Punkt wie P0 ist, sondern der Punkt, der durch die erste Kurve gegeben ist, und der zweite Punkt ist nicht P1, sondern der Punkt, der durch die zweite Kurve gegeben ist. Das heißt, wir können das jetzt einsetzen. In den eckigen Klammern steht das, was in den Gleichungen oben drüber steht, und das können wir ausrechnen, dann ergibt sich diese Darstellung für die erste grüne Kurve, und entsprechend bekommen wir eine Darstellung für die zweite grüne Kurve. Und das Gleiche haben wir mit dem blauen Punkt dann nochmal gemacht, das heißt, wir bekommen jetzt eine Gleichung dritten Grades. Wenn wir für den ersten Punkt die erste grüne Gleichung einsetzen, und für den zweiten die zweite grüne Gleichung, da können wir auch wieder einsetzen und ausrechnen, dann bekommen wir die übliche Darstellung. Das, was jetzt vor den Punkten P0 bis P3 steht, nennt man auch nur zur Information die Bernstein-Polynome. Und ich habe das auch nochmal ausmultipliziert, weil wir das gleich noch brauchen werden. Also beide Darstellungen sind äquivalent, je nachdem, was man braucht, ist die eine oder die andere praktischer. Hier nochmal das, was wir machen wollen. Wir werden in diesem Video mit sechs Punkten als Beispiel arbeiten, die ich hier K1 bis K6 genannt habe. Unsere Kurve soll durch diese Punkte gehen. Die wird dann nachher vielleicht so aussehen wie hier. Und wir wollen für die Verbindung von zwei Punkten jeweils eine von diesen Bezier-Kurven nehmen, die wir eben gesehen haben. Und unser Job wird es sein, die beiden Kontrollpunkte, von denen ich eben gesprochen habe, zu ermitteln. Das heißt, wie müssen diese beiden Punkte liegen, damit sich eine möglichst schöne Kurve ergibt, wie auch immer schön in diesem Fall gemeint ist. Zur Bezeichnung, die Punkte, die hier auftauchen, P0 bis P3 heißen sie wieder. Die haben noch einen zweiten Index bekommen, der heißt jeweils 1. Das bedeutet, diese vier Punkte gehören zu der Kurve, die beim ersten Punkt K1 anfängt und beim nächsten Punkt K2 endet. Und P0,1 ist also dasselbe wie K1 und P3,1 ist dasselbe wie K2. Rauskriegen müssen wir irgendwie P1,1 und P2,1. Unser erstes Ziel wird sein, dafür zu sorgen, dass die nächste Bézier-Kurve, die zwischen K2 und K3 aus K2 so rausläuft, wie die vorherige Kurve in K2 reingelaufen ist, damit wir an dieser Stelle keinen sichtbaren Knick haben. Also mathematisch gesehen möchten wir, dass die erste Ableitung stetig ist. Ich habe hier nochmal den Anfang der Kurve hingezeichnet. In orange sieht man die Kontrollpunkte für das erste Bézier-Stück. Diese Kontrollpunkte nennt man übrigens in Grafikprogrammen manchmal auch Anfasser. Und im grünen sieht man die entsprechenden Punkte für das zweite Bézier-Stück. Da oben habe ich nochmal die Formel hingeschrieben für das erste Stück. Da habe ich jetzt etwas andere Indizes genommen. B1 soll hier jetzt sein, die Bézier-Kurve, die im Punkt 1 anfängt. Und die orangen Punkte sind genauso bezeichnet wie in der Grafik. Jetzt bilden wir davon die Ableitung, weil wir ja die Stetigkeit der ersten Ableitung haben wollen. Das kann man ganz einfach ausrechnen. Und entsprechend können wir auch für die zweite Kurve die Ableitung ausrechnen. Das ist das gleiche wie oben, nur mit anderen Indizes. Und was wir wollen, ich habe es hier nochmal hingeschrieben, ist, dass die Kurve, die von links in K2 reinkommt, genauso da wieder rausläuft nach rechts aus K2. Das heißt, die Ableitung von der ersten Kurve an der Stelle 1, da ist die Kurve ja zu Ende, soll das gleiche sein wie die Ableitung von der zweiten Kurve an der Stelle 0, da wo sie anfängt. Das heißt, wir rechnen jetzt aus, die Ableitung der ersten Kurve an der Stelle 1, da fällt einiges weg, dann wird das ein bisschen einfacher. Und das können wir noch ein bisschen vereinfachen, wenn wir uns daran entsinnen, dass der Punkt 3,1 ja der vorgegebene Punkt K2 ist. Entsprechend können wir auch die Ableitung der zweiten Kurve an der Stelle 0 ausrechnen, die auch ein bisschen vereinfachen, dadurch, dass der Punkt P02 auch der Punkt K2 ist. Und jetzt können wir, wie es da oben drüber steht, diese beiden Werte gleichsetzen und das noch etwas vereinfachen. Dann ergibt sich, 2 mal K2 muss sein P21 plus P12. Das bedeutet ganz simpel, und das ist ja irgendwie auch anschaulich klar, dass der Punkt K2 in der Mitte zwischen den Kontrollpunkten P21 und P12 liegen muss. Das ist also die erste Bedingung, die erfüllt sein muss. Und das muss natürlich für die anderen Punkte auch erfüllt sein, für die anderen inneren Punkte. Wir hatten insgesamt 6 Punkte, K1 bis K6, und wir reden jetzt momentan nur über die inneren Punkte, die jeweils zwischen zwei Bezierstücken liegen. Es stellt sich nun raus, dass das noch gar nicht genug Gleichungen sind, um unsere Kurve zu beschreiben, also um diese Bezierkurven zu beschreiben. Das heißt, wir können noch weitere Forderungen an die Kurve stellen. Und das, was mathematisch jetzt nahe liegt, ist, dass man sagt, nicht nur die erste Ableitung soll stetig sein, sondern die zweite Ableitung soll auch stetig sein. Das heißt, wir machen im Prinzip das Gleiche nochmal. Wir schreiben uns die erste Ableitung, die wir auf der letzten Folie ausgerechnet haben, hin, berechnen die zweite Ableitung, ganz normal mit Ableitungsregeln, und machen das auch für die nächste Kurve, und setzen die beiden wieder gleich, so wie eben. Das heißt, am Ende der ersten Kurve und am Anfang der zweiten Kurve soll auch die zweite Ableitung gleich sein. Einsetzen für die erste Kurve vereinfacht sich etwas, weil ein Term wegfällt, und da können wir wieder den Punkt 3,1 durch den Punkt K2 ersetzen. Entsprechend können wir das auch für die zweite Kurve machen. Auch da können wir den Punkt 0,2, der ja auch nur eine andere Bezeichnung für K2 ist, durch den Punkt K2 ersetzen. Jetzt können wir die beiden wieder gleichsetzen und ein bisschen umformen, dann ergibt sich daraus diese Forderung für die Punkte. Das wäre die Forderung, die bedeutet, dass die zweite Ableitung an dieser Stelle stetig sein soll, und wie eben, bekommen wir natürlich für die anderen inneren Punkte auch wieder Gleichungen. Das heißt, wir haben vier neue Gleichungen, die erfüllt sein müssen. Das können wir jetzt noch zusammenfassen. Ich habe oben mal die ersten beiden Gleichungen hingeschrieben, die sich aus der ersten Ableitung ergeben, und darunter die erste Gleichung, die sich aus der zweiten Ableitung ergibt. Und in der letzten Gleichung habe ich zwei Punkte durch das ersetzt, was sich aus den oberen beiden Gleichungen ergibt. Und wenn man das noch ein bisschen vereinfacht, dann sieht das Ganze so aus. Warum habe ich das gemacht? Durch diese Umformung habe ich jetzt in der letzten Gleichung nur noch Punkte stehen, bei denen der erste Index 1 ist. Also mein Ziel ist, auf Gleichungen zu kommen, in denen es mir jeweils nur um den ersten Kontrollpunkt jeder Bézier-Kurve geht. Außerdem habe ich die Gleichung so hingeschrieben, dass auf der linken Seite die Dinge stehen, die wir rauskriegen wollen, und auf der rechten Seite der Gleichung stehen Dinge, die wir schon wissen, nämlich die vorgegebenen Punkte. Das, was ich hier gemacht habe, kann ich für die anderen inneren Punkte auch machen. Dann habe ich insgesamt diese drei Gleichungen, die hier stehen. Und das bedeutet, ich habe fünf Unbekannte, aber bisher nur drei Gleichungen. Das heißt, ich kann immer noch mehr fordern, als ich bisher gefordert habe. Was man jetzt noch fordert, das habe ich in diese Gleichung schon mal eingezeichnet, ist, man könnte auch was anderes fordern, aber typischerweise fordert man, dass die Kurve am Ende ausläuft wie eine Gerade. Das heißt, wenn man weiterzeichnen würde, dann sollte sie so auslaufen, als würde man sie durch eine Gerade verlängern. Und eine Gerade bedeutet, dass an dieser Stelle jeweils, also am Anfang und am Ende, die zweite Ableitung 0 sein muss. Ich habe hier nochmal die Gleichung für die zweite Ableitung hingeschrieben, für das erste Bezierstück. Da geht es uns jetzt um den Anfang der Kurve, also der Parameter t ist 0. Da soll die zweite Ableitung 0 sein. Wir können hinschreiben, wie die zweite Ableitung aussieht. Da habe ich oben nochmal eine von den Gleichungen hingeschrieben, die wir schon haben, wodurch sich das ein bisschen vereinfacht, weil wir nämlich einmal den Punkt P01 natürlich ersetzen können durch K1 und einmal den Punkt P21 durch die graue Gleichung oben. Wenn man das Ganze jetzt noch durch 6 teilt und ein bisschen umformt, dann ergibt sich die Gleichung, die hier steht. Also das, was hier jetzt steht, ist die Gleichung, die aussagt, der Anfang der Kurve soll sich verhalten wie ein geraden Stück. Und das ist auch wieder so hingeschrieben, dass links das steht, was wir brauchen und rechts das steht, was wir schon wissen. Und links stehen nur Punkte, bei denen der erste Index 1 ist. Und das Gleiche können wir auch für das letzte Stück machen. Das wäre in diesem Fall in unserem Beispiel die Kurve B5. Hier steht die zweite Ableitung nochmal. Da soll die zweite Ableitung auch 0 sein, wenn wir für T1 einsetzen. Das rechnen wir aus. Fällt auch ein Term weg. Auch da können wir noch ein bisschen umformen, denn der letzte Punkt ist ja einfach K6. Das ergibt diese Forderung. Das soll 0 sein. Da können wir auch wieder, steht hier oben in Grau, etwas einsetzen, was wir auf den vorherigen Folien schon hatten, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Das Ganze ausrechnen. Das ist uns immer noch nicht einfach genug, weil hier noch ein Punkt drin steht, dessen erster Index 2 ist. Den würden wir auch gerne noch wegbekommen. Darum nutzen wir noch eine andere Formel, die eben in Grau aufgetaucht ist, die wir auf der vorherigen Folie schon hatten, sodass wir das nochmal umformen. Das heißt, wir ersetzen P24 durch das, was hier jetzt in eckigen Klammern steht. Das Ganze nochmal umformen und dann haben wir schließlich wieder eine Formel stehen, in der links nur Punkte mit 1. Index 1 stehen und rechts nur Dinge, die vorgegeben sind. Jetzt haben wir genügend Gleichungen, um daraus ein Gleichungssystem aufzustellen. Und das ist ein System von linearen Gleichungen. Das sieht so aus, dass also der Vektor der Dinge, die wir rausbekommen wollen, der Vektor P11, P12 bis P15 ist. Auf der rechten Seite stehen die vorgegebenen Werte, die sich aus den Punkten ergeben. Und links steht das, was wir auf den vorherigen Folien hatten, jetzt nochmal in Matrizenform geschrieben. Das heißt, wir haben fünf lineare Gleichungen für unsere fünf Unbekannten. Ich habe hier nochmal als Fußnote hingeschrieben, wenn man es genau nimmt, sind das natürlich zwei lineare Gleichungssysteme, weil die Punkte, über die wir hier sprechen, ja immer zwei Komponenten haben. Also wir haben das Gleichungssystem, was hier steht, einmal für die x-Komponenten und dann nochmal für die y-Komponenten. Müssen wir also zweimal lösen. So, und wenn wir das gelöst haben für die Punkte mit der 1 vorne, dann können wir sozusagen durch rückwärts einsetzen, das wieder auch lösen für die Punkte mit der 2 vorne. Wir haben ja vorhin auf den Folien vorher die Punkte mit der 2 vorne immer rausgeschmissen durch bestimmte Umformungen. Und wenn wir diese Umformung wieder rückgängig machen, kriegen wir mit dem, was wir schon haben, die Punkte mit der 2 vorne auch wieder zurück. Und dann haben wir für alle fünf Bezierstücke beide Kontrollpunkte und können die Kurve zeichnen. Im Prinzip sind wir damit schon fertig, aber es ist noch ein bisschen mehr an diesem Algorithmus schön. Nämlich dieses lineare Gleichungssystem ist ein besonderes. Das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen. Wir haben es zu tun mit einer sogenannten Tridiagonalmatrix. Das bedeutet, in der Hauptdiagonalen stehen Einträge und in der Diagonalen darüber und darunter auch. Also in drei Diagonalen stehen Einträge, darum Tridiagonal. Und an allen anderen Stellen in der Matrix, wo ich hier nichts eingetragen habe, steht überall 0. Wenn man so ein Gleichungssystem hat, dann lässt sich das besonders einfach im Sinne von mit geringem Aufwand lösen. Das gilt insbesondere, wenn Sie das auf dem Computer programmieren. Da gibt es auch einen Namen für. Das nennt man den Thomas-Algorithmus. Aber eigentlich ist da gar nicht von einem besonderen Algorithmus zu sprechen. Sie müssen das im Prinzip nur mit dem Gauss-Verfahren lösen. Und zwar so, dass Sie aus den Werten in der Hauptdiagonalen immer 1 machen und sich von links nach rechts durcharbeiten, wie Sie es sonst auch machen würden. Wenn Sie das alles aufschreiben, ergibt sich der folgende Algorithmus. An den Stellen, wo jetzt CI steht, schreiben wir CI' hin. Das heißt, wir ersetzen die CI durch neue Werte CI'. und entsprechen die DI auf der rechten Seite durch neue Werte DI'. In der ersten Zeile wird einfach durch B1 geteilt und dann wird rekursiv in den jeweils folgenden Zahlen immer das gemacht, was hier steht. Aber wie gesagt, das müssen Sie jetzt nicht verstehen, was hier steht. Wenn Sie von Hand den Gauss-Algorithmus durchführen, dann machen Sie genau das, was hier steht. Und nachdem Sie das gemacht haben, haben Sie die Zeilen Stufenform und können dann auflösen. Das heißt, Sie können dann das übliche Rückwärts-Einsetzen mit den neuen Parametern machen. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle, der Aufwand für dieses Verfahren, ist Groß O von N und nicht wie bei einem normalen linearen Gleichungssystem Groß O von N hoch 3, was natürlich ein signifikanter Unterschied ist. Das bedeutet, wenn Sie bei dem Verfahren, über das wir hier sprechen, zum Beispiel die Anzahl der Punkte verdoppeln, dann verdoppelt sich der Rechenaufwand, während er sich, wenn Sie es mit irgendeinem beliebigen linearen Gleichungssystem zu tun hätten, verachtfachen würde. Das ist also ein besonders gutmütiger Algorithmus, der sich auch schön programmieren lässt und effizient ist. Jetzt wollen wir noch darüber reden, wie man im Prinzip die gleiche Idee auch für geschlossene Kurven verwenden kann. Ich habe hier wieder sechs vorgegebene Punkte, allerdings soll die Kurve jetzt so laufen, wie man es im Bild sieht, dass sie von K6 zurück nach K1 läuft. Im gewissen Sinne wird die Aufgabe dann einfacher, allerdings gibt es auch eine kleine Schwierigkeit. An der Stelle, wo wir K1 haben, haben wir einerseits den Punkt, den Kontrollpunkt für die erste Bezier-Kurve, der heißt nach wie vor P11. Wir haben andererseits aber hier auch den letzten Kontrollpunkt des letzten Stücks, von K6 nach K1, den wir P26 nennen würden. Und das heißt, der Punkt K1 hat auch wieder zwei Namen. Einmal heißt er P01 für das erste Bezier-Stück Das bedeutet, dass unser Gleichungssystem eigentlich regelmäßiger wird als vorher, weil wir diese Randbedingungen nicht mehr brauchen. Jetzt sehen tatsächlich alle sechs Gleichungen, die wir hier haben, gleich aus. Das ist eigentlich ganz hübsch, aber die beiden roten Einsen sind ein bisschen unschön, weil wir nämlich jetzt keine Tridiagonalmatrix mehr haben. Das heißt, das, was wir eben besprochen haben, darüber, dass diese Matrizen besonders gutmütig sind und wir einen besonders schönen, effizienten Algorithmus haben, stimmt jetzt nicht mehr ganz. Zum Glück ist das nicht ganz so schlimm. Da gibt es nämlich einen Trick für solche Matrizen, die sozusagen fast tridiagonal sind. Das heißt, die Matrix, die wir hier haben, sieht so aus wie hier. Wir haben also diese drei Diagonalen und wir haben noch zwei weitere Einträge, diese roten, die ich hier A1 und Cn genannt habe, die sozusagen über den Rand hinausgerutscht sind auf die andere Seite. Der Trick ist nun, dass man diese Matrix in zwei Teile zerlegt. In einem linken Teil, der ist dann wieder tridiagonal, und in einem rechten Teil. In dem rechten Teil stehen die beiden bösen roten Werte und an die Stelle von den grünen und blauen Sternen schreibt man im Prinzip irgendwas hin, das kann man sich eigentlich aussuchen, sodass das insgesamt in der Summe wieder stimmt. Man kann das zum Beispiel so machen, dass man diesen Teil so aufbaut, dass sich die Matrix rechts, in der ja außer den vier Einträgen nur Nullen stehen, ergibt als ein Produkt von zwei Vektoren, ein Vektor hochstehend und ein Vektor transponiert. Der eine Vektor besteht nur aus oben und unten einer 1, der Rest sind Nullen, und der andere Vektor besteht nur aus Cn am Anfang und A1 am Ende, und dazwischen stehen auch nur Nullen. Das heißt, wir würden die Matrix, deren Gleichungssystem wir eigentlich lösen müssen, M, zerlegen in zwei Teile. Der eine Teil heißt T, das ist der tridiagonale Teil, und der andere Teil lässt sich schreiben als U mal V transponiert, wobei U und V diese simplen Vektoren sind. Und da gibt es nun eine hübsche Formel, das ist die sogenannte Sherman-Morrison-Woodbury-Formel. Der Name der Formel ist eigentlich fast länger als die Formel. Da steht, wie man so ein System lösen kann. Das mag jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aussehen, ist aber nicht so schlimm. Auf der linken Seite steht das, was wir lösen wollen, das war unsere Matrix M hier. Wir wollen also in der Lage sein, die zu invertieren und die mit d, das ist der Vektor der rechten Seite, mal zu nehmen. Und die Formel sagt, man kann das machen, indem man das in zwei Teile zerlegt. Man löst das einmal für die tridiagonale Matrix. Von diesem Teil wissen wir ja schon, dass das geht. Und dann macht man das Ganze nochmal und benutzt dafür den Ausdruck T hoch minus 1 mal U. Das ist aber auch wieder ein Gleichungssystem mit der tridiagonalen Matrix, lässt sich also mit dem gleichen geringen Aufwand lösen. Man muss also nur noch das, was hier steht, in Programmcode übersetzen. Aber der entscheidende Punkt ist, da man sowohl T hoch minus 1 D als auch T hoch minus 1 U mit einem Aufwand von Groß O von N berechnen kann, ist der Gesamtaufwand nach wie vor nur Groß O von N. Also man muss ein bisschen mehr arbeiten als bei den offenen Kurven für die geschlossenen Kurven. Aber es gilt das Gleiche wie schon bei den offenen Kurven. Wenn ich die Anzahl der Punkte zum Beispiel verfünffache, dann wird sich der Rechenaufwand auch nur verfünffachen und nicht etwa ganz furchtbar erhöhen im Sinne von 25 mal oder 125 mal. Also wir können mal zusammenfassen, was wir mit diesen sogenannten natürlichen kubischen Splines erreicht haben. Die Kurve geht erstens durch die vorgegebenen Punkte. Zweitens, die Stücke zwischen benachbarten Punkten sind immer kubische Bézierkurven. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass das eine wichtige Forderung ist, damit es sich in typischen Grafikprogrammen oder Bibliotheken leicht implementieren lässt. Dritter Punkt ist, die Kurve ist überall zweimal stetig differenzierbar. Dafür haben wir gesorgt, indem wir an den Anschlussstücken jeweils aufgepasst haben, dass die zweite Ableitung gleich ist. Und das hat für die Praxis durchaus Konsequenzen. Im oberen Beispiel habe ich zwei Kurven zusammengesetzt aus zwei Bézierstücken, aber nicht so, dass an der Nahtstelle zwischen links und rechts die zweite Ableitung stetig ist. Im zweiten Fall, die Kurve sieht fast genauso aus, ist die zweite Ableitung stetig. Jetzt stellen Sie sich mal vor, diese Kurve ist entstanden im Karosseriebau in der Automobilindustrie. Da kommen ja Bézierkurven eigentlich ursprünglich her. Das heißt, Sie haben zwei separat hergestellte Teile, die an dieser Stelle zusammengeschweißt werden sollen. Und nun stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr frisch gekauftes Auto schön poliert und die Sonne fällt drauf. Die Sonnenstrahlen fallen also auf das Blech und werden natürlich reflektiert. Und das habe ich hier versucht, mal anzudeuten, was passieren wird. Man kann es natürlich, weil der Unterschied nicht sehr groß ist, nicht so gut sehen, aber ich hoffe, man kann erkennen, dass es hier an der Stelle, an der Nahtstelle, einen deutlichen Unterschied zwischen dem von dem blauen Teil und dem von dem orangen Teil reflektierten Lichtstrahlen gibt, während es hier unten einen nahtlosen, also stetigen Übergang gibt. Das bedeutet im Endeffekt, dass bei der oberen Kurve, wenn Sie sich das Blech insgesamt im Sonnenlicht anschauen, ein deutlich erkennbarer Knick sein wird, während bei der unteren Kurve Sie tatsächlich einen glatten Übergang sehen. Also es geht nicht nur darum, dass die untere Kurve sozusagen mathematisch schöner ist, weil sie zweimal stetig differenzierbar ist, sondern man kann es wirklich sehen. Das hat ästhetische Gründe. Nächste wichtige Eigenschaft, habe ich jetzt nicht extra erwähnt, sollte man vielleicht aber doch nochmal sagen. Das, was wir rausbekommen haben, ist invariant gegenüber den üblichen geometrischen Transformationen. Das heißt, wenn ich jetzt die Punkte zum Beispiel irgendwo anders hin verschiebe und sonst nichts ändere, dann ändert sich die Kurve auch nicht. Die wird auch einfach mit verschoben. Das gleiche gilt auch für Drehung und entsprechend Vergrößerung und Verkleinerung maßstabsgerechte. Und ganz wichtig, ich bin ja darauf eingegangen, der Rechenaufwand ist linear in der Anzahl der Knoten. Besser kann es gar nicht sein. Ich habe das Ganze in JavaScript mal nachgebaut. Man kann also hier irgendwelche Punkte eingeben und man sieht jeweils diese natürliche kubische Spline-Kurve, über die wir gesprochen haben und wie die sich verhalten wird. Man kann auch Punkte verschieben und dann jeweils gucken, was passieren wird. Ich mache hier noch mal ein bisschen weiter und ich kann die Kurve auch schließen. Dann würde sich in diesem Fall sowas ergeben. Da kann man dann mal ein bisschen mit rumspielen und sich darüber freuen, was für Kurven man bekommt. Eine Sache sollte ich vielleicht noch sagen, diese Kurven sind nicht dafür gedacht, Messwerte zu interpolieren. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwelche Messwerte bekommen haben und wollen dadurch eine möglichst passende Kurve legen, dafür benutzt man im Allgemeinen andere Verfahren. Diese Interpolation, die wir uns hier anschauen, ist eine, bei der es wirklich darum geht, erstens, es muss durch die Punkte gehen, zweitens, es soll im gewissen Sinne möglichst ästhetisch sein. Ich habe hier noch mal ein paar andere Dinge aufgeschrieben, die man auch von so einer Kurve fordern könnte und wir werden sehen, dass man nicht alles auf einmal haben kann. Eine weitere Sache, die man fordern könnte, wäre die sogenannte Lokalität. Das soll bedeuten, dass ein Knoten möglichst nur die Segmente beeinflussen soll, an denen er direkt dran hängt und die anderen nicht oder wenn überhaupt auf die anderen nur möglichst wenig Einfluss haben sollte. Wir werden jetzt am Beispiel der kubischen Splines sehen, dass das nicht so ist. Ich habe hier mal eine Kurve schon gezeichnet, und die geht durch eine Reihe von Punkten und ich werde jetzt den zweiten Punkt variieren und Sie achten bitte mal auf den Teil hier unten. Hohe Lokalität würde bedeuten, dass wenn ich diesen Punkt bewege, sich nur dieses und dieses Besierstück ändert und der Rest nicht. Das ist natürlich prinzipiell schon gar nicht möglich, weil sich ja hier auch was ändern muss, wegen unseren Stetigkeitsforderungen. Aber wir werden sehen, dass sich unsere Änderung weiter fortpflanzt bis in alle Kurvenstücke, die da drunter kommen. Je nachdem, wie weit ich diesen Punkt hier weiterziehe. Nach und nach bewegen sich auch die anderen Kurvenstücke ein bisschen und dann immer mehr und immer mehr und schließlich auch das Letzte. Man sieht es kaum, aber so ein bisschen bewegt es sich doch. Soviel zur Lokalität. Wenn Sie einen Punkt zu stark ändern, dann hat das Auswirkungen auf sehr viele nachfolgende Segmente. Eine weitere Sache, die man fordern könnte von so einer Kurvenkonstruktion, ist die sogenannte Erweiterbarkeit. Das bedeutet, wenn ich zu der Kurve einen Punkt hinzufüge und dieser Punkt liegt schon auf der Kurve, dann sollte möglichst die Kurve so bleiben, wie sie schon war. Das klingt eigentlich ganz einfach und so, als würde man das auch haben wollen, aber bei den natürlichen kubischen Splines klappt das nicht immer. Auch dafür ein Beispiel. Bei drei Punkten sieht die Kurve so aus wie hier und wenn ich jetzt auf die Kurve noch einen Punkt rauflege, dann sehen Sie, ändert sich das schlagartig und die Kurve wird ganz anders. Das ist also auch etwas, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte. Das lässt sich auch nicht mit natürlichen kubischen Splines machen, dass sich einfach nachträglich auf die Kurve noch Punkte legen kann und dann erwarte, dass mit den neun Punkten sich die gleiche Kurve ergibt, die ich vorher schon hatte. Und schließlich ein letzter Punkt. Man könnte auch noch von so einer Kurve verlangen, dass sich die Krümmung insgesamt nicht zu sehr ändert und das wird dann das Thema des nächsten Videos sein. Da sprechen wir mal darüber, was Krümmung eigentlich genau ist und wir sprechen über einen anderen Ansatz, nicht diese natürlichen kubischen Splines von heute, sondern einen anderen Weg, der sich hauptsächlich um die Krümmung kümmert und der tatsächlich in vielen Fällen noch ästhetisch ansprechendere Kurven zutage fördert.